Sange Sakai Fischfarm, Sanzai 55 cm, männlich. Hier haben wir jetzt einen Sange, den ich als weiblich gekauft habe. Leider ist er charmant. Aber es ist nicht so schlimm, weil die Qualität von dem Fisch ist sensationell gut. Das wird man auch auf dem Video sehen, glaube ich. Wir haben ja mehrere Kunden, die Liebhaber von männlichen Tieren sind. Für die ist das natürlich jetzt wie Weihnachten. Das ist eine Ausnahme, sanke, qualitativ, das muss man schon sagen. Solche Fisch gehen meistens nach Asien. Und wo wir den gekauft haben, hat er überhaupt kein Sumi gehabt. Also er hat aus dem Yakuaku. Und das, was jetzt da rausgekommen ist, qualitativ, ist natürlich sensationell. Also wenn da jemand Interesse dran hat, der kann sich gern helfen. Wird groß, 70, 75, schätze ich. Magst du den selten runter, wenn wir gern machen? Kein Wofür. Kein Wofür.